Wir treten aus den Schatten. Wir brauchen ein wenig Chaos, um unser wahres Ziel zu verschleiern. Könnten wir das vielleicht tun, ohne eine Spur zu hinterlassen, die direkt zu uns führt? Immer auf der Suche nach einem sicheren Ausweg. Was, Junge? Das ist alles drin. Also, ich habe keine Spuren. Also, ich habe keine Spuren. Ich habe diese Spuren. Wir sind in der Kommen. Nix! Gute. 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 Das ist kein Problem! Hier hast du mich drauf! Lajana stirbt euch Oh das ist scheiß tief Lajana jetzt glatt noch Das ist ein Problem! Diese Kraft hat keinen Namen! Hm, und die Uniform war auch viel schicker. Vielleicht Soldaten im Dienste des Arls? Ein Grund mehr, ihre Leichen so loszuwerden, dass niemand sie findet. So, wir locken noch nach vorne. Gemüsegarten. Und hier hat's wir noch nicht. Das Sklavenschuss. Gibt's ja gleich mal Sklave. Der Kabel ist auch nicht so gut. Wo sind wir jetzt erstens dran? Ach, ich bin die Gemskraft entzog. So, fest. Ich bin die Gemskraft entzog. So, fest. Ich bin die Gemskraft entzog. So, fest. Ja, oder? Ja, gleich. Wo ist der andere? Ach, da liegt man. Da! Wir könnten die Soldaten in der Erde verschwinden lassen. Ach ja? Und wessen Rücken muss dafür wieder herhalten? Aber in der Erde. Ein guter Ort, um etwas zu verstecken, wenn man gerne gräbt. Damit sind sie außer Sichtweite. Bist du jetzt glücklich, Skett? Naja, beruhigt. Naja, beruhigt. Das würde besser lösen können. Das ist unser Weg hinein. Das Fenster in der Ecke. Können wir erreichen. Für Tuck könnte es vielleicht ein klein wenig eng sein. Genau, das hat deine Mutter auch gesagt. Fieser Mutterwitz vom Tag. Gut, jetzt schmal ins Möller rein. Da oben ist das Fenster. Äh, wo ist denn da Fenster? Bist du nicht schmal für den Zwerg, oder? Nein. Es steht überall noch bei uns nicht gut. Hoffentlich ist es noch gut. Also gut, wir suchen uns noch mehr Soldaten und sorgen für ein bisschen Chaos, bevor wir die Papiere deponieren. Ich liebe es, wenn du so redest. Und ich liebe ich auch, Skett. Äh. Ein bisschen. Ich hoffe, wir sollten nicht irgendwann mal in ein Portell stecken, hm? Tag, wo du dich austoben kannst. Naja. So. Dann. Hm. Hm. Bill & underscore. Hier auch store. Liffen also ja 진isco. Willst du mal ins da rein. Da unten in die Up. Wenn er dann nicht stumm ist, dann wird der Opfer nicht so gut sein. da können wir noch mehr sachen aufmachen extra druck als auf stärke weiß ich ja kommt nicht alle über das ja perfekter schlag todesstoß Und unser guter Patch schaffen wir es auch schon, wir sind selbst schon, wow, wir hatten den einfach mit 10 an, ah, ups, Fausch, 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 da rein, da rein, da rein, da rein, so, das könnten wir bei ihm, das wäre, glaube ich, besser, oder sowas, nein, aufsteig, weiter, 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 und eisige Umarmung, damit können wir die Gegner einfrieren, sehr gut, so, Pernil, Sprüchen, ne, geht auch schnell, so, würde ich sagen, auch oben, oben zur Hauptebene, ach ne, wir gehen immer gleich zurück, oder wie, ja, wir sind wohin, dann, Brand, Jungs, will nicht verreden etwa die Folter, oder ist sie nur erlaubt, weil der Aal gerade nicht da ist, das spricht nicht unbedingt für denjenigen, der momentan das Sagen hat, hm, da ist weg, hm, hm, ich glaube, ich weiß, wer es eigentlich, eine Thorncandle, oder jemand anders, mal gucken, rein da, meine Helm, hi, da du, noch so kleine, weiße Gegner, diese einfach zu schaffen, Bill! Bam! Hier zeige ich! Du wirst schon sehen! Was ist denn? Wenn du drauf bist! Warte schon! Warte schon! Warte schon! Warte schon! Warte! Ein bisschen nix! Das hier! Oh! Eine Badewanne! Warte jetzt! Wie viel Baden war die perversen Säcke! Ich will nicht mit Druckbaden! Das ist gruselig! Gruselig! Einfach nur gruselig! Das ist gruselig! Das ist gruselig! Das ist gruselig! Das ist gruselig! Moin moin! Was ist denn da für Sachen? Das ist gruselig! Bedient euch! Immerhin soll es ja nach einem Einbruch aussehen! Oh, wirst du fiet! Das ist gruselig! Du hast einen Säcke auf meinem Boden übersehen! Warte! Du hast einen Säcke auf meinem Boden übersehen! Der Kleine wird später mal ein ganz besonderer Mann! Ja! In der Stadt elf Euro sind's schon! Da war geil! Haha! Dicke Türen sind doch immer wieder für... Ah, ich gucke! Geldwege! H0 H3 H4 Dicke Türen ばかかり schauir die wartet was ist dahinten ist da nicht wo? keine ahnung Gott, wer aus? Kommt Kommandant, zeig mir euren kleinen Drachen. Was zum... Zeig mir euren kleinen Drachen. Bäh. Was hat die Pelle der Alte davor? Irgendwie erstmal hier links hin. Dann rechts, sondern geradeaus. Erstmal hier links rum. Boi. Und dann die beiden. Komm. Boah, den Hammer ist schlau. Oh. Hat sie einfach eine Frau gekauft, ey. Du bist fies, Lagnana. Ich möchte dich nicht als Feind haben. Ein Dolch. Normales Job verkaufen später. Oben liegt ein Hirsch. Statt ein Tisch. Oh. Verwertel Silberschüsse. Guck mal. Ach krank. Wir machen noch das hier. Was ist da unten? Ablage, Ort, Bilder, Spiel. Aber. Was wollen wir jetzt noch machen? Dann kommt hier irgendeine Katze. Nee, machen. Wird erledigt. Komm. Quatsch die Alte weg. Fertig. 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 Ich möchte es noch mal. Wäschte des in Ordens. Kontinentale Liederfranzkrab. Manuskript kopieren. Und. Da hinten ist gar nichts. Wir legen uns mal die Tauben hin, legen es aber noch nicht ab. Wir machen das im nächsten Part, also bis dann, tschüss!